Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. So Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir den IC1 und zwar neunteilig, wie er auch in Wirklichkeit fährt mit Steuerwagen. Als Zuglok nehmen wir eine 120.1, eine Drehstrompionierin. Leider ist sie für den Fernverkehr bereits abgezogen worden, also ist es eher so, wie es vor zehn Jahren gelaufen ist. Das Besondere heute an diesem Film ist, dass wir den neuen Wagenzug auch schiebend über die Anlage ziehen und schieben mit der Lokomotive. Viel Spaß damit, mit dem Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ciao. Vielen Dank. 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 Oh... Vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch gefallen.